die schleimen mich an hallo hier ist die kleine farm heute mal zu besuch bei den pferden von petina ja die haben jetzt gerade heu gekriegt und schleimen mich hier voll weil ich ihnen äpfel gegeben habe und jetzt wollen sie natürlich noch welche aber ja wir haben ihnen heu gegeben und wasser und jetzt tue ich mir denen noch ein bisschen rumknuddeln ja meine süßen und ja dann wollen wir wieder nach hause gehen petina kommt ja auch bald und dann sind die kerle versagt haben ihre schmuseeinheiten gekriegt wobei die wollen sie jetzt eigentlich gar nicht so wirklich hauptsache sie kriegen ihr heu das ist im übrigen der kleine krümel mit dem gehe ich ab und an mal spazieren beziehungsweise ich führe ihn auf die koppel ich habe ihn sogar neulich mal gebürstet das echten bildvergötter weil ich bin 1,78 groß und er ist genau einen meter das geht ganz schön ins kreuz für mich muss hier aufpassen das ist das jetzt ramon oder ist das jetzt ich kann es euch nicht sagen das kann auch das mädel sein ich habe den namen vergessen aber eine von denen ich glaube dass es das mädel ist trage ich habe nichts mehr ich habe keine äpfel mehr schaut mal ich bin schaue aus wie ein pferde ja ihr habt mich voll voll geschleimt alles gut alles gut ist sie nicht alles gut na gut ich glaube das reicht ja ich wünsche euch noch einen schönen abend und bis zum nächsten video